Hallo und herzlich willkommen zum nächsten qualvollen Versuch von unserem Freund mich zu besiegen. Im letzten Port haben wir ja etwas überspringen müssen, weil mir keiner von uns das geschafft hat eigentlich. Boah, was ist das mit der für eine Scheißkamera-Ansicht hier? Ja, ich sehe schon. Ja, Gott, geschafft. Hast du das geschafft hier, oder? Ja, zumindest das erste Stück, so. Und natürlich, weil wir uns das natürlich nicht lassen können, machen wir natürlich gleich mal wieder eine extreme. Wir brauchen uns eine Herausforderung, ne? Was haben wir mit den schweren Strecken anfangen? Die sind ja wie einfach. Weil mit unserem... Ey, wie hast du das hier hochgeschafft? Ja, freu mich das mal, wenn ich es will. Boah. Boah, ey, was ist das denn? Was ist denn das für eine Stelle? Also, ihr seht, wir versuchen es trotzdem noch immer mit. Diese ganzen Sachen, ne? Die runterfallen, explodieren, ey, die so einen voll verdammt ablegen. Ja, das ist wahrscheinlich auch Sinn und Zweck der ganzen Sache. Ah, schon, aber trotzdem. Ah, diese, diese Sprünge, die kann ich nicht. Das hast du echt unmöglich. Mist. Ohl. Ohl. Da wollte ich vom Hammer wegheilen. Ha, ja, das wollte ich auch wieder machen. Ne? 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 So, und wieder haben wir mal eine Situation, eine Patz-Situation, wenn wir 500 Versuche an einem und derselben Stelle verbrauchen. Weil wir es einfach nicht schaffen, um dabei rüberzukommen. Ja, weil es die nicht schaffen. Die schaffen schon. Weil ich nicht so, dass wir es nicht schaffen. Ja, ich hab's, das ist genau das, das ist das Problem, was wir da vorne hatten, wo wir über 500 Versuchungen drauf haben. Und das ist irgendwie präzifiert, genau. Ich war noch Frieden, Mann. Boink. Hey, ich bin immer rüber, ich bin immer der einzige Punkt zehnmal rüberkommt. Oh, ja, ich hab natürlich zwei Gehle jumps in gelegt. Aber das hat mir nicht viel gebracht. Ne, geile Jumps bringt der ja nicht viel, du musst ja, das ist auch noch ein Seid oder rüberkommen. Ja, der so Fett ist bei einer Fertigung hier voll schwügel. Ungeschafft. Ach den Scheiße. Ist das dein Ernst? Ne? Ne? Leute, er ist geschafft. Also das ist auf jeden Fall einer bloßwürdig. Boah, er will ja, er hat es geschafft. Eher der kleine Kugel. Ja. Eher. Bist du mit irgendwas sagen? Bist du mit irgendwas sagen? Ja, auf die nächsten den Maps. Boah. Wollt ihr schon mal aufs nächste was dann kommt? Ne, will ich gerne. Ach, was fickt ein blöder Stein. Wollt ihr noch beschissen? Oh, das wird noch beschissen. Oh, das wird noch beschissen. Oh, das wird noch beschissen. Oh, ich komm hier nicht wieder. Oh, oh. Oh, oh. Hey, guck mal. Schau's dir an. Hey, schau's dir an, ruhig. Tja, das Lebenshaut mal. Hey, schau's dir an, Mann. Ich war doch drüben. Ich war doch drüben, ne? Ey, Leute, das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Nein. Bleib mal dieser verdammten behinderten Kante hängen, ne? Kurz vor dem ersten Spawn da. Ah. Ey, das ist so fuck nicht normal. So, nochmal. Ey, zum zweiten Mal bleib ich da hängen. Ey, das ist auch nicht halt ernst. Ich bleib da zum zweiten Mal an der Kante, ey. Ganz ehrlich. So, freu dich auch schon mal, wenn du hier bist dann. Ja, bitte. Ja, bitte. Ich freu mich glücklich. Weil, guck mal, ich bleib zweimal an dieser gleichen beschissen Kante. Oh, ich schalte jetzt einfach mal mein Maul und rede erst dann, wenn ich hier rüberkomme. Nein, nein, nein. So, mach schick zurück. Oh, geschafft. Ah, geschafft. Hurra. Los geht weiter. Der ist ja gut. Auf xD Maps und ich bin scheiße. Dass ich sowas mal miterlebe. Was? Ah. Verdammt, ich schaff diesen Sprung nicht. Ey, wie hast du es geschockt? Wie hast du es geschockt? Ich blieb gleich im Herzenfall. Tja. Ey, guck mal, ich bin jetzt schon wieder bei 135 Versuche an dieser Stelle. Ja, das wird echt nix. Ich glaube, das wird echt nix. 500 Versuche. Ich glaube, bis ich wieder rüber bin, habe ich schon 500 Versuche verbraucht. Meinst du? Ah, Mann. Ich meine es nicht, das wird es ja sein. Ich bin jetzt noch! Ich bin jetzt noch im Herzenfall. Ich bin jetzt noch im Herzenfall. Ich bin jetzt zu früh, holy, bulge. Musik Musik 200 Blitz haben Sie! Bait! Musik 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 Ja! Nee! Nee, oder? Doch! Ey, halt dein Maul! Wie hast du das geschafft? Hä? Da drüben? Sie haben es ja selbst schon versucht, da drüben zu fahren. Okay, also mal lass' den Weg. Du musst wohl nicht helfen, dass sie jetzt hier haben. Ja, ich bin durch. So, wo ist ich auch vorne und hinten? Dann ist's. ne Jetzt ist's. Ja, ich bin durch. Dann wo es einfach gleich wird. Ja, ich bin durch. Ja, ich bin durch. Dann wo es einfach zu machen. Ich bin durch. Dann wo es ganz schön ist. Musik 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 Rennen abgeschlossen Ich bin mal gespannt wie viel Gründer du bekommst In der 2er wie vorhin Wow Also du fühlst ja richtig Dermaßen hoch Ach komm Anfänger mal wieder Uh Bei Anfängern kriege ich aus dem Maul Ja Leute Bei Anfängern habe ich keine Ach guck mal hat er das gleiche mit Robert genommen Nee 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 hat er nicht Ich hoffe das war kein Fehler diesen Roller zu nehmen Normalerweise hat ja mein Roller mehr PS Das war Arschknapp an mir Mehr PS das heißt mehr Mehr Quick und mehr Geschwindigkeit Ja das Problem ist aber beim Hochwand ist zu besser Also könntest du besser sein Oh das ist Das gehört beim Beschweinigen Ich hab voll die Probleme immer hier hoch zu kommen Oh diesmal nicht diesmal nicht Ja Leute das Ding ist gewonnen Ich hab nicht mal drauf Hahaha Man da jetzt hier nicht hochkommen Ich lach hier Alter Und das stimmt Ähh Ähh Verloben Oh mein So du achst ja wieso minus 1 ist So weil ich ja immer gestorben Stop Damit hab ich nur einen Punkt Haha Und damit hab ich gewonnen Also Bin ich sowas von geil und satt entfühlen Zum den nächsten Extremstreiker Ohja Okay Leute die mach ich natürlich mit geschossenen Augen Nach den nächsten 500er Streitpunkten Hahaha Ne man glaubt mir hier bin ich weiter Wie nur das kannst du mir glauben Boah Alter Okay okay hier muss man langsam einfallen Zack und durch Boah Ah die kenn ich die Schrecke Die kenn ich Ah die ist scheiße Die ist Ey ich muss mal so eine hohe Wand hoch springen Alter wie ich Spiderman oder wat Ja Da sind wir hier Und ich weiß immer du schon was Spiderman Oder Batman Arten City Ah Guck mal guck mal Schau was dir an Ey oben war ich verdammt Verdammt Verdammte Kacke nochmal Ist's gut? Ja ja hab ich's gehört Ich bin auch oben Scheiße Ah Oh fuck Ah ich muss hier drauf Okay Darf ich den Schwung so? Ne 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 Den Schwung schaffst du nicht so Dann musst du auf jeden Fall da laufen Ey da geht's mir jetzt gar nicht Ich war grad schon drüben Ich muss auf jeden Fall auch diese Scheiße drauf Anders geht's nicht Das muss ich echt mit Gefühl rantasten Genau 500 500 500 500 mal mit Gefühl rantasten Jawohl Okay ey Ich hab nichts zu schaffen Ich hab nichts zu schaffen Nochmal So ja mit Backflip Haha Huah Ah Scheiße fast Ey ich ging das so voll scheiße fest Nur so ... und ich die ganze Zeitpunkt machen Ungefähr genau hier Oha Ah Ich bin ja schon eingeklemmt im Ding Ja auf die auf die 1 auf die 1 für diese scheiße zu treffen ich habe kein bock hier bist ich glaube ich mit 50 versuche schon gut durch er hat was halt auf dein maul hast du diese platz von mir oder ach komm schon jetzt ich habe wieder keinen bock auf diese scheiße auf jeden fall ich habe jetzt kein bock auf dieser stelle 500 versuche zu brauchen ist es auf jeden fall nicht sein also ich würde versuchen hier diese stelle schon übertreten ich bin immer so knapp als sie kamen diese scheiße werden schaffen kommen kommen jetzt schafft das ist schon das ist für dich das ist dass ich es schaffen werde warum er extrem streng sind nicht so schlecht dafür das würde ich auf jeden Fall schon also muss doch mit so schlecht das ist es dich oder ich bin ich bin auch da wo du bist ich bin auch da wo du bist ich habe mich katapultiert oder so scheiße das ist auch schön ey wie sag mal ehrlich bist du auf die plattform gefahren ja ja wie denn ey ich fahr auf diese scheiß plattform aber trotzdem ist es nicht viel guck mal wieso häng ich wieder so schwul fest wie so kannst du auch oh f*** in den desktop gekommen boah alter ey ich habe es geschafft ne was passiert ich drehe mich genau vom spawn um ey das ist doch nicht dein Ernst ein glück geschafft ey ich schaff das ne ich stoß gegen die kante was passiert am ende ich fall aus dem maul wo ist am schluss ey schon zweimal hintereinander hab ich es geschafft ey ich will auf jeden fall bei 100 bei 100 versuchen ich hab kein bock über 203 versuchen und ich ungefähr 200 versuche gebraucht dann schaffe ich es nicht ich bin hier schon mal frisch froh dass ich schon mal bisschen weiter gekommen bin ah ok es ist absurd ah jetzt hab ich es raus jetzt hab ich es auf jeden fall raus ja jawoll jawoll ja ja ok es geht es geht ok komm schon Baby ok ok was jetzt ok soll ich das sagen dass ich vor dem Ziel stehe eh oder doch guck doch mal irgendwo oben auf der Linie was sagst du dazu ach ach ne oder doch das soll extrem in der Strecke sein ja hallo du bist denn wo bleibst denn ja du schäfst das ja da war ein Stil mir ist es egal ja 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 du wirst es bloß nicht die Blöße geben ist es nicht zu schaffen du kannst du dann immer sagen ne ich hätte es ja geschafft aber leider 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 bist du durchs Ziel gefahren na aber das geile ist ich kann ja wieder die schöne Musik einspielen und alles schnell laufen lassen mal gucken ob du schläfst außer du sagst nicht mehr natürlich dass du aufgeben willst ne 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 warte, warte, warte warte, 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 warte warte, 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 warte warte, 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 warte Bist du jetzt bei dieser Plattform, wo du hoch musst? Ah, ja, so, jetzt habe ich es verstanden, wie ich es machen muss. Ich darf kein Salter machen. Bist du bei der Plattform, wo du hoch musst? Ja. Ah, ich weiß aber, wie ich es mache. Ich bin so ein verficktes Rad nicht hoch. Ah, komm, ich bin noch hier oben. Ich bin noch hier schon oben. Ups. Ja, ja, da hatte ich... Aber ich muss sagen, bei dem Ding hatte ich auch ein bisschen mehr Glück, als Santa. Ja, also so hatte ich dann mal, so ungefähr wie du gerade eben, bin ich dann und dann hatte ich aber durch Zufall noch den Punkt gekriegt. War da noch eine Runde, ja, oder? Noch ein Bad. Nee, dann noch nicht. Nee, so, Mann. Nee, komm, Alter, es macht voll Bock, Mann. Ich bin noch voll auf dem Trock, Mann. Ich habe gar keinen Bock zu schlafen, wenn ich ehrlich bin. Oh, ich habe dich überholt. Und damit haben wir sogar noch die 3, die Extreme geschafft. Oh, fuck auf die Extreme, ey. Die Punkte warst du besser, nicht viel, oder? Das sind zwei. Hä? Zwei. So, bin ich jetzt so langsam? Ja, Anfängerstrecken sind schon was Schreckendes. Nein, ich war doch erst da, Mann. Wieso, ich bin durch? Ja, ja. Ah, ja. Das ist doch mal die Cheater hier. Ah, ganz, aber. Ah, ich habe noch vor dir. War, ist das so viel Punkte? Nicht Null? Ja, mit Null. Ja, mit Nullpunkt ne bisschen vor mir, ja, jetzt. Ja? Geht denn das, ey? Ja, ich bin... Komm, 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 komm. Okay, jetzt, schnauzeilen konzentrieren, Max. Ja, bisschen schnauzehalten. Ne, ich meine es nicht zu dir, sondern zu mir. Galt, wie kann man denn so was zusammenfahren hier, wie ich? Alter. Kann ich das schaffen, man. Was ist jetzt los? Boah. Na ja, jetzt sind wir wieder ein Ziel. Ich hätte gerade einen schönen Leck drin, also das war. Komm schon, Alter. Ich sag schon mal auf jeden Fall, Leute. Ich hab das ganze hier easy going gewonnen, ne? Vor allem easy going. Das Ding ist gewonnen, das Ding ist gewonnen, das Ding ist gewonnen. Es ist einfach gewonnen. Ey, wie viele Punkte habe ich denn? 28? Ah, komm, das ist easy gewonnen. Das ist easy going. Oh Mann, ich freue mich einfach nur über meinen geilen Sieg. Ja, so kann man auch gerne aufwenden. Was? Ach, deswegen willst du immer die ganze Zeit noch weiter machen, he? Ja, ne, aber ich muss es noch mal machen, ey. Was ist einfach bloß, man? Oh, was ist denn jetzt los? Ja, da sieht doch mal, Leute, wer der wahre Spieler im Spiel ist. Ne, bei mir hast du das gerade noch mit schon verabschiedet. Was? Was? Oh, nicht. Ey! Feini, wahre Spieler, wer tut sich immer ins Ziel katapultieren. Boah, ey, komm. Ey, ist das denn ernst? Ja, ist mein Ernst. Ja, genau das ist mir ähnlich. Immer mit den billigen drüber schießen, ja. Sonst nicht drauf halt doch, Spieler. Alter, oah, ist das knapp, ist das knapp. Boah, ist das knapp, ist das verdammt knapp. Ey, ey, wenn ich jetzt verliere, ganz ehrlich, wir machen das so lange, so lange Parts, bis ich verdammt nochmal gewonnen habe. Mir ist scheißegal. Alles klar. Mir ist scheißegal, wir machen so lange. Ich will gewinnen. Ich bin verdammt nochmal ehrgeizig. Ich gehe nicht schlafen. Boah, das lag mal wieder derbemäßig. Bei mir auch, ne? So muss ich sagen. Ach, das geht mir scheiße. Hä? Boah, boah. Jetzt hat es auch wieder zu lecken. Also ich darf auf jeden Fall wie froh. Das Ding ist gewonnen, oder? Das Ding ist gewonnen für mich. Ey, das ist nicht dein Ernst. Das ist doch nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. 39, du wirst mich verarschen, Mann. Das ist doch nicht dein fucking Ernst. Ey, guck mal, ey. Weißt du? Ich bedanke mich. So viel dazu, ja. So viel dazu, ja. So viel dazu. Ja, wir fliegen und so, ne? So ein Verdammt. Ey, wieso habe ich es nicht vorher gemacht? Ich bin so ein Volk. definierend. Es war es嬸iger inall war.